Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Heute geht es weiter mit der Creator-Economy und zwar mit dem Thema Creator-Brands. Gestern haben wir ja darüber gesprochen, dass den Content-Creatern die Zukunft gehört, weil sie eben wirklich Millionen von treuen Fans haben und mittlerweile eben ganz viele Möglichkeiten, das Ganze auch zu monetarisieren. Sie kriegen also nicht nur Werbeeinnahmen von YouTube oder vielleicht Geld aus dem TikTok-Creator-Fund. Sie bekommen eben nicht nur Geld von irgendwelchen Companies, mit denen sie eben Brand-Sponsorships machen, sondern sie machen ihre eigene Brands. Vielleicht, um das Ganze erstmal zu definieren, was sind eigentlich Creator-Brands und was sind keine Creator-Brands. Also wenn jetzt eben einfach nur ein Creator mit irgendwelchen Brands zusammenarbeitet, dann ist es eben meistens ein Testimonial und der Creator gibt eben sein Gesicht für irgendeine Aktion oder für eine Kampagne her, aber dem Creator gehört da eben nichts. Ein Schritt weiter wäre vielleicht eine Kollaboration, wo vielleicht eine Make-up-Marke sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie eine neue Serie, eine neue Linie, inspired by Charli D'Amelio oder sowas, der bekannten TikTokerin. Das wäre dann eine Kollaboration, aber da bekommt dann eben der Creator eben Geld, aber eben gehört diese Marke nicht. Wenn ich über Creator-Brands spreche, dann meine ich eben wirklich Marken, die eben von den Creatoren gelauncht worden sind und die denen dann eben größtenteils zu 100% gehören. Und aus meiner Sicht ist es halt wirklich so diese Evolution der Entrepreneure, nicht nur, dass sie eben sehen, hey, wir machen eigene Produkte, statt für andere Produkte Werbung zu machen, sondern dass sie eben auch wirkliche Entrepreneure sind. Und ich habe ja ganz viel Respekt vor diesen ganzen TikToker und Instagrammer und so, auch wenn die ja oftmals belächelt werden. Aber es ist halt wirklich Wahnsinn, wie halt irgendwie Leute mit Anfang 20 dann wirklich schon so viel Entrepreneurial Spirit haben, um eben eigene Merchandising-Linien oder eigene Beauty-Brands eben zu launchen. Und das zeigt aber gleichzeitig auch, dass dieses ganze Ökosystem mittlerweile eben sehr, sehr ausgereift ist. Das heißt, ein Influencer kann dann eben auf Fabriken, auf Supply-Chains zurückgreifen, die dann eben relativ einfach für ihn dann eben Produkte bauen können. Und gleichzeitig muss er jetzt auch kein riesiges Tech-Team oder so haben, weil er eben auf Softwarelösungen wie Shopify zurückgreifen kann. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Also es gibt ja bei YouTube diesen Logan Paul, der ist ja relativ kontrovers, weil er und sein Bruder, der Jake Paul, eigentlich immer, naja, so ein bisschen an der Grenze des guten Geschmacks sind. Aber mega beliebter Typ, irgendwie Millionen von Followern. Und der hat eben seine eigene Merchandising-Brand und die heißt Maverick. Und das ist einfach irgendwie so eine, ja, Klamottenlinie, würde ich mal sagen. Und ich wusste schon lange, dass es die gibt. Und jetzt habe ich halt für den Podcast mal recherchiert, wie viel Umsatz die eigentlich macht. Und im ersten Jahr hat das Ding halt 30 Millionen Umsatz gemacht. Also echt Wahnsinn. 30 Millionen Dollar Umsatz. Und auf der anderen Seite könnte man sagen, naja gut, der hat ja auch 10 Millionen Follower. Das heißt, pro Follower verdient er halt mit Merchandising halt im Schnitt irgendwie 3 Dollar. Also klar, kauft nicht jeder einzelne von denen jetzt für 3 Dollar irgendwas. Aber im Schnitt ist es eine Monetarisierung von 3 Dollar per Follower. Und das ist ja eben schon ganz spannend, weil ja immer die Frage ist, naja, wie viele sind Follower jetzt eigentlich wert? Und zumindest da im Bereich Merchandising könnte man schon sagen, naja gut, im Schnitt gibt eben jeder Follower 3 Dollar für Merchandising aus. Scheint also ein ganz guter Deal zu sein. Also 30 Millionen Dollar für Logan Paul. Der nächste YouTuber, der in dem Bereich aktiv ist, ist eben David Dobrik. David Dobrik ist ja wirklich so ein Phänomen. Mittlerweile 18 Millionen Follower auf YouTube. Der bringt jetzt eben eine Parfumlinie raus. David Dobrik's Parfum. Da gibt es eben zwei verschiedene Düfte. Und die sind eben auch unisex. Und die pusht er jetzt auch gerade durch seine ganzen Kanäle durch. Und seine ganzen Influencer-Freunde bewerben das Ganze auch. Also da bin ich mir auch relativ sicher, dass es ziemlich erfolgreich sein wird. Und bei Parfum ist ja die Marge wahrscheinlich gigantisch. Und früher gab es ja schon immer irgendwelche Parfums mit Promis. Also dass zum Beispiel Dior oder sowas dann eben ein Parfum rausbringt und sich dann natürlich irgendwelche Promi-Testimonials holt. Aber das Neue ist eben, dass jetzt eben diese Influencer eben relativ leicht auch ihre eigenen Parfum oder Beauty-Linien rausbringen können. Nächstes Beispiel. Emma Chamberlain. Die ist ja auch YouTuberin. Und die ist ja sogenannte Relatable-Youtuberin. Also Relatable in dem Sinne, dass sie eben sehr, sehr nahbar ist. Weil die halt immer ungeschminkt irgendwie rumläuft. Mit dem YouTube-Video irgendwie auch rumrübst. Und wirklich sehr, sehr alltägliche Sachen zeigt. Man muss natürlich sagen, dass sie natürlich trotzdem in einem coolen Haus wohnt. Und wahrscheinlich ganz gut aussehend ist und so weiter. Also da ist natürlich auch die Frage, inwiefern diese Relatability nicht auch einfach nur Teil eben der Brand ist und des Marketings. Auf jeden Fall, die ist super beliebt. Und die ist eben dafür bekannt, dass sie eben extrem gerne Kaffee trinkt. Und wohl eine Kaffee-Konnoisseurin ist oder so. Und der hat jetzt eben auch ihre eigene Marke rausgebracht, nämlich Chamberlain Coffee. Und im Prinzip auch eine ziemliche Commodity, aber jetzt eben mit ihr gebrandet. Und ich glaube, darin liegt ja auch die Power von diesen ganzen Influencer-Brands. Weil bei so Produkten, die wir genannt haben, wie jetzt zum Beispiel Merchandise, also irgendwie Hoodies und T-Shirts. Oder eben Parfum. Oder eben auch Kaffee. Das sind ja totale Commodities. Das heißt, in der alten Welt musst du halt irgendeine Marke draufhauen, damit es halt irgendjemand kauft. Parfums von Dior. Hoodies von Nike. Oder Kaffee von Starbucks oder sowas, ne? Und diese neuen Marken, die jetzt eben draufgeklatscht werden, sind einfach diese Influencer-Brands, weil die einfach schon relativ bekannt sind und ja quasi eine Art Following schon eingebaut haben. Weil wenn ich jetzt eine neue Kaffee-Brand launchen müsste, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, Super-Kaffee nenne oder sowas, dann sagt das ja erstmal niemandem was. Und ich muss halt total viel Werbung dafür machen. Aber wenn Influencer die launchen, dann gibt es halt zumindest schon mal Millionen von Leuten, die schon mal mehrmals davon gehört haben. Und das gibt natürlich einen schönen Kickstart. Das prominenteste Beispiel von solchen Influencer-Brands ist sicherlich Kylie Jenner, die jüngste der Kardashian-Schwestern. Und deren Marke Kylie Cosmetics ist ja mittlerweile über eine Milliarde Dollar wert. Die hat ja letztes Jahr die Mehrheit an dem Unternehmen verkauft, glaube ich, für 600 Millionen Dollar. Aber zu einer Bewertung von über einer Milliarde Dollar. Das heißt, die hat dieses Playbook irgendwo erfunden, dass sie eben ihre eigenen Sachen rausbringt. Genauso wie ihre Schwester ja auch. Es gibt ja auch Kim Kardashian West eben Beauty. Und die setzen dann eben auch auf Lösungen von Shopify. Und da zeigt man eben auch, dass Shopify wirklich schön skaliert. Und jetzt eben nicht nur für irgendwelche Hobby-E-Commerce-Leute eben ist, sondern eben auch wirklich für Companies und Brands, die signifikanten Umsatz treiben. Aber die großen Vorbilder für diese Influencer-Brands, die kommen wie so oft im Social-Media-Bereich natürlich aus China. Und in China gibt es eben schon ziemlich lange, dass eben Influencer dort ihre eigenen Brands launchen. Was ja auch Sinn macht, dass sie in China ja direkt an der Produktionsquelle sitzen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine Fashion-Linie irgendwie entwerfen möchte und produzieren möchte, dann geht es in China natürlich extrem schnell und auch extrem günstig. Und deshalb launchen die da immer ziemlich viele Kollektionen und haben aber auch eine perfekte E-Commerce-Infrastruktur. Also die meisten dort verkaufen dann eben über die Taobao-Shops und Taobao, Teil von Alibaba. Und da habe ich ja mal diese Statistik gesehen, dass in irgendeinem Jahr, ich glaube 2018 oder 2017 war das, waren irgendwie fünf der Top 10 Brands auf Taobao eben solche Influencer-Brands. Das heißt, es ist halt wirklich schon eine enorme Größenordnung dort. Und ich glaube, die besten Brands, also die besten Influencer-Brands, machen dort schon mehrere hundert Millionen Dollar Umsatz im Jahr. So, jetzt haben wir gesehen, dass diese ganzen Influencer da ziemlich abräumen. Und spannend ist aber auch, dass auch traditionelle Promis mittlerweile ihre eigenen Brands launchen. Und gerade im Bereich Alkohol und Spirituosen gibt es da schöne Beispiele. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass da Ryan Reynolds ja auch eine Alkoholmarke, eine Gin-Marke gegründet hat. Aviation Gin und die hat er eben kürzlich für 600 Millionen Dollar verkauft. Von ein paar Jahren schon hat aber George Clooney seine Tequila-Marke Casamigos für eine Milliarde Dollar verkauft. Und beide haben eben an diesen großen Spirituosen-Konzern verkauft. Dayejo, Dayejo, kann auch, wie man es genau ausspricht. D-I-A-G-E-O, also so ein großer Spirituosen-Koloss. Und die sind natürlich immer auf der Suche nach neuen Labels und Brands. Und in dem Fall haben sie einfach ziemlich viel für diese Promi-Gins und für diese Promi-Tequilas dann eben bezahlt. Und der nächste Exit aus diesem Segment könnte eben der Tequila von The Rock sein. Der hat eben einen Tequila, der heißt Terimana. Und The Rock ist ja wirklich auch ein Phänomen. Also ich finde den irgendwie ganz lustig. Aber ich habe mir jetzt eigentlich nie seinen Content angeschaut. Und auf Instagram hat er aber 200 Millionen Follower. Und es ist einfach krass, wie viele Leute er da einfach damit erreichen kann. Der macht auch gar nicht so subtil die ganze Zeit Werbung für seinen Tequila. Und von daher denke ich mir, naja, wenn der George Clooney seinen Tequila für eine Milliarde verkaufen kann, dann ist bei The Rock sicherlich anderthalb oder vielleicht sogar zwei Milliarden drin. Jetzt kommen wir zur Analyse. Warum sind eigentlich diese Creator- oder Influencer-Brands so erfolgreich? Aus meiner Sicht gibt es halt drei Gründe. Erstens, ganz klar, die Fans, die lieben halt ihre Creator. Und es hat sich halt echt über Jahre so eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut. Und Leute, die das ganze Thema Influencer so ein bisschen skeptisch sehen, die sagen, hä, was für eine Beziehung. Das sind doch einfach nur irgendwelche Social-Media-Leute. Und die Fans und Follower, die, was soll denn das für eine Beziehung sein, wenn die eben rein digital ist. Und da muss ich immer sagen, naja, also ich selbst als, ja, nicht mehr Teenager, ich folge ja auch ganz vielen Influencern für bestimmte Themen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich eine persönliche Beziehung zu denen habe, aber ich finde die natürlich schon ganz cool und ich weiß, wofür die stehen. Und ich weiß auch, wo deren Kompetenzen sind. Und da kommen wir dann eben auch schon zum Punkt zwei. Diese Creator sind eben oftmals wirklich Experten in ihren Gebieten und fragen eben auch die Community, welche Features oder welche Produkte sie haben wollen. Man kann ja über die Kylie Jenner sagen, was man will. Aber ich bin mir ziemlich sicher, die weiß ganz, ganz genau, was Teenager-Mädels eben cool finden und welche Beauty-Produkte gerade angesagt sind und welche Brands gerade angesagt sind. Genauso auch, wenn du jetzt einen Tech-YouTuber hast. Der kennt sich natürlich auch extrem gut mit seinen Produkten aus. Es gibt jetzt zum Beispiel auch diesen Peter McKinnon, das ist ja auch ein ganz bekannter YouTuber, der eben ziemlich gut im Bereich Fotografie und Filmen ist. Und der bringt jetzt quasi Accessoires raus für Kameras, wie zum Beispiel irgendwelche, ja, Stative oder ND-Filter oder sowas. Und auch da hat er natürlich die Expertise, um zu wissen, welche Produkte nachgefragt sind. Aber macht dann natürlich eben seine Brand drauf, die Leute einfach cool finden. Also Faktor eins, die Fans, die lieben ihre Creator und haben eine Beziehung aufgebaut. Und Faktor zwei, die Creator sind eben auch wirklich Experten im Gebiet und fragen die Community nach Input. Und der dritte und wichtigste Punkt ist einfach, dass der eigene Social-Media-Channel mit Millionen von Followern natürlich der beste Marketing-Kanal überhaupt ist. Du kannst ihn als Influencer eben kostenlos täglich bespielen und die Fans, die zeigen auch ein viel höheres Engagement als mit klassischer Werbung. Und bei klassischer Werbung ist ja das Problem, dass es immer ignoriert wird. Wenn der Influencer jetzt für andere Marken Werbung macht, dann hat es auch ein ganz okayes Engagement. Aber die Follower, die finden es vielleicht nicht so cool, weil sie eben nicht irgendwie sehen, dass es irgendwie vom Influencer selbst kommt. Wenn der Influencer aber selbst was launcht, dann stehen echt die Fans total dahinter und wollen auch, dass er erfolgreich ist. Also die Fans von Kylie Jenner, die sagen jetzt irgendwie nicht, oh Kylie, die ist jetzt irgendwie so reich oder sowas, die finde ich jetzt doof. Ganz im Gegenteil, die finden es total geil, wenn Kylie Jenner eben Milliardärin wird und die sehen sich eher als Teil von so einer Bewegung und finden es eher cool, dass sie es irgendwo unterstützen können. Und diesen Marketing-Aspekt, den kann man halt gar nicht überbewerten, weil wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwie anders eine Brand heute launchen müsste, dann müsste ich eben total krass selbst Influencer-Marketing eben schalten, andere Influencer dafür bezahlen, dass sie mein Produkt bewerben. Ich müsste irgendwie Facebook-Ads schalten, Instagram-Ads, TikTok-Ads, vielleicht sogar TV-Werbung, PR und so weiter und so fort. Es ist einfach wahnsinnig teuer, heutzutage eine Marke zu kickstarten. Und Influencer haben einfach den Vorteil, dass sie zumindest marketingmäßig quasi umsonst so eine Marke launchen können. Ob die dann eine Milliarden-Dollar-Brand wird, weiß man nicht. Aber sie können es einfach mal so ausprobieren. Und wenn sie dann sehen, dass das Ganze irgendwie Traktion hat, dann können sie ja immer noch mehr investieren oder sich andere Investoren mit reinholen, um die Marke dann eben richtig groß zu machen. Also fassen wir mal zusammen. Den Creator-Brands gehört auf jeden Fall die Zukunft. Creator haben es heutzutage gar nicht mehr nötig, sich nur für Testimonials herzugeben, weil es eben immer einfacher wird, eigene Brands zu launchen, wegen Sachen wie Shopify, aber eben auch wegen den Produktionskapazitäten in China, wo man eben relativ leicht Sachen sourcen kann. Wir haben uns Beispiel angeschaut. YouTuber Logan Paul, der dann eben sein Merchandising verkauft. YouTuber David Dobrik, der Parfum verkauft. YouTuberin Emma Chamberlain, die eben ihren eigenen Kaffee verkauft. Wir haben Kylie Jenner natürlich gesehen, mit ihrer Milliardenmarke Kylie Cosmetics. Und wir haben gesehen, dass die Vorbilder aus China kommen, wo eben die Influencer oder KOLs, Key Opinion Leader, dort schon seit Jahren über Taubau wirklich unglaubliche Umsätze realisieren können. Und wir haben eben gesehen, dass auch traditionelle Promis jetzt mitmachen und ihre Alkoholmarken für hunderte Millionen oder sogar Milliarden von Dollar verkaufen, so wie Ryan Reynolds, George Clooney oder auch bald The Rock. Und gerade im letzten Beispiel sehen wir eben, dass die Influencer eben oftmals mit einfachem Merchandising anfangen, wobei das im Fall von Logan Paul eben auch riesig werden kann. Aber mit der Zeit können sie eben auch zu ernstzunehmenden Konsumgütermarken entwickeln, die dann wirklich für enorme Beträge von größeren Konzernen aufgekauft werden. Also ihr seht, das ganze Thema Creator Economy, mega, mega spannend. Und ein Aspekt davon eben die Creator Brands. Wie gesagt, in den kommenden Wochen und Monaten werde ich deutlich mehr zum Thema Creator Economy machen, weil es aus meiner Sicht gerade eines der spannendsten Themen überhaupt ist. Ich hoffe, dieser Einblick in das ganze Thema Creator Brands war für euch spannend und ich muss jetzt los in meinen Keller und meine eigene T-Shirt Brand launchen. Also, bis dann.